In diesem Beispiel lernst du, wie du die fehlende Seitenlänge eines Rechtecks bestimmst, wenn neben der anderen Seitenlänge auch der Umfang gegeben ist. Ein Rechteck hat den Umfang u gleich 16 cm. Die Seite a ist 5 cm lang. Bestimme die Länge der Seite b. Der Umfang des Rechtecks, der 16 cm beträgt, setzt sich zusammen aus zweimal Seite a und zweimal Seite b. Seite a ist 5 cm lang. Im Rechteck gibt es diese Seite zweimal. Zweimal Seite a ist 10 cm. Somit bleiben 6 cm übrig für zweimal Seite b. Halbiere diese 6 cm und du erhältst einmal Seite b, d.h. die gesuchte Seitenlänge. Diese Schritte lassen sich auch in einer einzigen Rechnung zusammenfassen. Die Seitenlänge b entspricht der Differenz aus dem Umfang und der doppelten Seitenlänge a geteilt durch 2 cm. Das Ergebnis lautet, wie eben, 3 cm. lic Name b, d.h. Untertitelung des ZDF, 2020